Hallo YouTube und willkommen zu Let's Play Terraria Mit einem Kaim hier Ja, super Weeeee Davon muss der Teller jetzt die ganze Zeit warten auf mich Dass ich das schnell kaufe Ja und wir Ne, genau, ja Ne, wir gehen jetzt Altare noch weiter suchen unten Nicht da, lass nicht da Doch Junge Ich bin nicht da Wir waren niemals fertig Lass mal den Eingang suchen von dem Ding Von welchem Ding? Du weißt was ich meine Bruder Nö Doch doch Von dieser Pyramide da unten Kommst du runter? Was? Kommst du runter? Nein, lass mal den Eingang suchen von dieser Pyramide da unten Ja, was bringt denn das? Ich will wissen, wie wir da reinkommen Oh, das bringt uns ja super viel Erkundungst du, komm Ey Junge, da kommen wir eh nicht rein, lass doch erstmal Doch, doch Was sinnvolles tun Ja, da unten ist nix Da unten ist nix Ich töte mal, da ist ein paar Spinnen Oh ne Ich geh schon mal Nein, warte, ich komm, ich komm, warte, lass zusammen gehen Oh ne, es wird jetzt Nacht Egal, los, los Oh, ein Herbling Läufst du schon? Ja Du Ratze Ich glaub, wir wirst du sehen Ich werd nicht hol' noch auf Ja, ach Nein, mach ich nicht Na doch Ich werd nämlich sowieso sterben Ich weiß es, jetzt schon Weil das hundertmal zu schwer ist für uns Alles hier Die scheiß Herblings Die scheiß Dörblings Alles Oh Nur jemand hat irgendwas komische Geräusche Du läufst nach rechts, oder? Ja Und dann immer, dass wir jetzt so fäll' Irgendwas macht so komische Geräusche So Lass doch mal aufhören Ja Ich hab auch Nullauflauf gibt nicht auf Wie lange noch, Alter? Ups Junge, acht Ne, ne, 49 Schaden Und dann sind der auch noch so 300 Jahre Kilometer schnell 300 Jahre Jahre Kilometer Kilometer Dies ist eine richtige Geschwindigkeitsangabe Cool Guck mir, da gibt's so'n Hörbling entgegen Ich bin jetzt im Dschungel Ich weiß noch nicht, wo der Eingang ist Das ist nicht die erste Höhle, das ist die zweite glaube ich Ja Okay? Oh ne, Junge, jetzt kommt noch ein Dörbling Kenner, die zweite Höhle Ja, bleib einfach da draußen stehen Nein, nicht draußen, bist du dumm? Wie? Der ist angegriffen Dörblings macht 70 Schaden Ich bin gleich tot Ich auch Der macht 70 Schaden Ich seh dich 70 Alter, hilf mir Oh, jetzt halt ich mich erstmal Alter, da kommt doch so ne schrude Federmaus Lass einfach runterbauen bis dahin, okay? Ja, lass kurz Mach über uns zu, ja Ich glaub, da wär auch schon gekommen Ich links, ne? Oh, wir fallen jetzt gleich in die Cave rein Egal Oh, ne, 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 ne Die sind so stark, ich hab keinen Bock auf die Ich weiß Boah, Junge, mit Drill ist das so viel viel geiler Oh, dieses Wind hat das Geräusch nervt Brumm, brumm, brumm Brumm, brumm Ja, jetzt können wir wieder runter Ja, ist aber knapp Ja, geil Ne, 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 ne Gar keinen Bock auf die Kacke, ich weiß ja nicht, wie stark das ist Ich will's aber auch nicht wissen Ja, geil Nimm mal Test Hm? Wie viel leben wir denn das? Noch nur, nur, nur 220 Moist 200 Ist auf jeden Fall stark Ja, okay Geil Pass auf Ja, normal Korrekt Was denn da? Geil Oralkium Oral, was macht man damit, Alter? Denkst du, das ist ganz normal als Ohre so? Ja Ja Ist er als Kobalt, ja, ne? Ich denk mal, da ist so der So der Unterschied wie zwischen Eisen und Silber Korrekt Da hinten ist ein Altar Echt? Sollen wir noch kurz hin? Ja Kann man das noch nebenbei so machen Ey, wo oben? Junge Ist der da so 300 Meter weg Was ist daneben? Siehste den? Ist du, da sind so drei Sachen Das ist ne Kiste Die mach ich auf Ja, von mir aus Danach du wieder Du musst dich mal daran erinnern Nächstes Mal, wenn wir ihn alle sehen, ja Ja, du machst die sowieso auf Weiß jetzt schon Nein, nein, nein Das war schlau Egal Super, echt klasse Ach, nur Dreck Noll Nur behinderte Schwuchtelsachen Boah, lass mal Abzender Junge, da unten ist richtig viel Kobalt Ruhe mal Ne, reicht Ich dachte grad du wärst gestorben Was war da drinnen in der Kiste? Nur Gay-Sachen Tinbar Geil Guck mal, da kommt wieder die Güte Ja Ach Weißt du, jetzt guck, hörte Fahr mal ganz genau hin Oh nein Ne, ich ertrinke Ganz so nix Was ist das da unten? Siehst du das? Das ist ne Turtle Ja Siehst du die? Ach, guck mal wieder wie er ist Oh, dann geht er weg Unser flauschiger Freund Kommt das zurückgehen Ohhhh Was hier runter? Oh, Junge, hieß ja alles Ich bei dir Ne, Junge, grab du mal weiter, ich hau dir nächstes Mal Ne, ich hau dir, ich hab noch mehr geschafft mit meinem Ding, grab du weiter Damit er sicher tot geht Damit er sicher tot geht Guten Tag Nein, da können wir ruhig durch Warum Achso Achso Wir hätten eigentlich mal ein Bett mitnehmen sollen und dann hier schlafen Das wäre eigentlich viel schlauer gewesen Oder? Ich hab noch ein bisschen Wasser abfließen Tanner? Ja? Du, Junge, du bist so übertrieben leid, weil du gruselt hast Wir müssen so wenig Wasser lassen, dass wir nur atmen können Wir müssen so wenig Wasser lassen, dass wir nur atmen können Junge, dauert das nur lange Das war hier einfach durch Siehst du die Map, das Ding schon? Ne Alter Guck mal auf der Map Was denn? Wie tief das ist oder was? Ich weiß Oh, Junge, ne Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Junge, du passt Nein Oha Wer hat mich? Ich kann schießen Ich auch Was hast du gemacht? Okay, los Na geil Okay Warum? Aus Versehen Ich fuhl die mal aus meiner Leiste raus Was hat denn da? War nix Oh Oh Junge, voll die komischen Fische, Alter Ich will nicht von denen gehauen, Alter Sieht voll komisch aus, ja, eben Ich will das nicht Die sehen voll behindert aus Die sehen aus, als würden die richtig viel Damage machen Da unten ist wieder Ohr-Alkeung Da unten ist wieder Ohr-Alkeung Da sieht die richtige Mongos, ja, so komische Geräusche machen So... So sehen die aus Hör, da unten ist ein Baum, so ein komischer Ja Ja Ey, ist das un... Hör, Junge, lol So, dahin graben Ja, lass mal hin Ja, wir kommen da jetzt eh dran vorbei, dann können wir ein bisschen genauer gucken Wie schnell das geht Diese magische Heilungsbaum Pass auf Alter Ich hasse Fische, ich hab voll Angst vor Fischen Ich mag Fische nicht Ich hab voll Angst vor denen Ich hab voll Angst vor denen Aber das ist bei mir auch im echtem Leben Ich weiß, ja, 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 das meine ich ja Ich hab Angst ins Meer, also nicht Angst, aber ich hab Respekt ins Meer zu gehen, sagen wir es so Ich mag das... Oh, Junge, ich... Alter, ich hab so mich erschrocken, als ich da drinnen war Von den Fischen Was ist mit dem Baum? Der Baum macht gar nichts, ne? Ich weiß nicht Das ist einfach ein Baum Ne, ne, glaub nicht Hm, war ja ein Versuch für halt Irgendwas hätte sie sein können Weiß, ich guck mal wie lang noch Alter, wir haben noch nicht mehr... Egal, besser langsam, wir kommen an Ich hab so... Nerd Da kannst du mal... Na, ich muss dir die ganze Zeit links und rechts machen Ne, das war grad ein Mega-Lack bei mir deswegen Einfach mal rein stürzen Wieder ein Leck Alter, wir haben Glück Lass es mal töten, wenn das so wieder kommt Muaah Warum kann das durch Wände gehen? Das ist so unlogisch Junge, hat der 8000 Leben? Ach, 300 Wenn sonst alles okay ist Ach, der kommt heute nicht mehr Ach, der macht ja nur 100 Schaden Ach, der macht ja nur 100 Schaden Und dann ist ja okay Ja komm Junge, das ist ja so nervig Ach, jawohl, gleich ist er tot Ach, jawohl, gleich ist er tot Wenn das noch einer lang Wie lang... wieviel jetzt hat er noch? Ich hab's nicht gesehen Ne, alter, jetzt reicht's mir 6,6 hat er nur noch einen Hau Alter, der hat mir grad zweimal 100 Schaden hinzugefügt Hehehe Also mach doch mal eine drecksrechte Seite von dem... Ich seh das nie Hä? Oh, das kann ich abbauen Toll Guck mal, dort ist eine Spinne Ich glaub wohl, die könnten durch Wände Hehehe Alter, da wären wir fünfmal tot gewesen jetzt Ah ne, hier können wir nicht atmen So Cool Junge Ach, äh, 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 diese ekelhaften Fische Alter, Junge, da hinten ist Oralkium, da geh ich jetzt erstmal hin Junge Viel Spaß Ne War so klar Komm zurück, dann Das ist aber richtig viel Oralkium Ne, ich glaub nicht von hier dahin Das sind Fische Die Schafe sind nicht weg von denen, die sehen voll komisch aus Geht's hier nicht weiter Erstmal Oralkium holen Oh ne, Junge, ein Turtle Die hast ich auch übertrieben Junge, hier ist richtig viel für dieses Zeug, das müssen wir uns merken, Tanner Das ist bestimmt wertvoll, wenn wir das nicht abbauen können Siehst du mich? Nein, grad nicht, aber ich komm jetzt gleich eh da runter heute Von dem Grünen, da? Ja Ja, Junge ist das viel Oh, ich kann ja immer nicht atmen Ich sag jetzt gleich alles Okay, schon unterwegs Junge, ne Alter, wir hatten grad so Glück Zum größten Turtle 3 breit Hä, wo bist du hin? Achter an Woah, Alter Hast du das gesehen? Junge, das ist das größte Gewaß, die ich in meinem Leben hatte Junge, ich hab das so perfekt gesehen Eine Millisekunde später, Junge Ohohohoha, Junge Ich wusste nichtmal, dass er da war Ich auf das gesetzt, so, von wegen, so... Ja erstmal sicher bleiben Voll der Zufall, Alter. Warte, ich guck, was hier unten ist. Sicher, kein Bock zu sterben. Das sieht nicht aus. Das ist Platinum. Ja, das ist Platinum. Ich nehm mit. Okay, wir haben die Hälfte jetzt ungefähr. Platinum ist wertvoll. Wir hätten wir da sowieso nicht rein, dass wir so behindert. Oh, hier ist hier so ein Mongo. Ah, der war ein kleiner. Oh, noch einer. Oh, ein großer. Ein großer. Ah, der kommt nicht zu uns. Der kommt nicht so weit. Ah, das wird dann noch da gehen. Warte mal. Ich will mich jetzt eigentlich nicht reinstürzen. Oha! Oha! Warte, warte, warte. Da unten ist eine goldene Kiste. Echt? Im Wasser. Ja, dass die unten gehen. Ja, im Wasser ist die halt, ne? Egal. Nimmst du die? Pass auf, da unten ist aber dingens. Warte. Oha, der hat voll viel Leben. Oh! Ich hab gehört, du machst voll viel Stahl mit der Waffe. Ups! 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 Ah. Die macht 100 Damage, ich wusste das nicht. Macht doch jeder hier. Ja, alles klar, 100 Damage machen nur diese großen Huren, so, ne? Wenigstens ist das Tag, dann schaffe ich's wahrscheinlich direkt zu dir zu kommen. Ja, die ganze ist kaputt. Ich mach das auf, ja. Ja. Vielen Dank.